Schon wieder ein Anschlag, diesmal in Nizza. Laut einer jetzt veröffentlichten Studie ist es vor allem der Terror, der uns heute Angst macht. Vor 500 Jahren waren die Ängste noch ganz andere. Tod und Teufel waren die Angstmacher Nummer eins. Im Auftrag der Kirche malten Künstler detailverliebte Bilder von Höllenstrafen an die Wand. Diesen Qualen zu entgehen, war die Lebensaufgabe unserer Vorfahren. Dafür errichteten sie Kathedralen, darum beteten sie, dafür lebten sie. Heute ist das anders. Das Leben danach liegt im Dunkeln, die Hölle scheint abgeschafft. Wer aus Angst vor Höllenstrafen gut handelt, der ist verdächtig. Wer sich zu sehr den Himmel wünscht, der flieht vor dem Leben. Und wer allzu brav daherkommt, langweilt. Gut, dass die dunkle Zeit der Angstmacherei durch die Kirche vorbei ist. Schlecht, dass andere diese Rolle übernommen haben. Die Bilder, wie jetzt aus Nizza, bestimmen unseren Alltag nicht die Wirklichkeit. Denn laut Statistik ist das so. Von einer Leiter zu stürzen, ist um ein Vielfaches wahrscheinlicher als der Tod durch Terror. Angst hat man nicht einfach so. Angst wird gemacht. Angst wird benutzt. Medien werden benutzt. Von wem? Wofür? Das sind die spannenden Fragen.